Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge TFT am Abend. Durch den Quatsch am Abend. Zusammen mit Splatterman. Splatterman, abonniert die mal ganz dringend auf YouTube. Hast du jetzt deine 30.000 oder was etwa? 32.000, Bruder. Dann die 40, die 40 werde ich sehen. Aber wenn wir schon dabei sind, 80% der Leute laut YouTube, die meine Videos gucken auf dem Zeitkanal, haben mich nicht abonniert, ihr kleinen Drecksäcker. Abonniert! Ich muss abonnieren, ihr Magen. Warum sollten die sich abonnieren? Das macht gar keinen Sinn. Der Johnny übe wenig Haare auf dem Kopf. Alter, das ist jetzt ... Muss das kompensieren mit zuschauen? Alter, ich hab jetzt ein ... Wenn ich bei Run bin, kann ich ja mal erzählen. Wenn ich bei Run eSports auftrete, haben wir zwei Maskenfrauen quasi. Also, die wechseln sich immer ab. Und die haben jetzt beide Streuhaare für mich gekauft quasi. Und es sieht insane aus. Wirklich. Also, ich hatte jetzt ein Fotoshooting. Ich sehe einfach aus wie ein gesunder Mensch. Das ist einfach ... Ich gehe da rein, übermüdet, abgefuckt, keine Haare, komm raus. Ich sehe einfach gesund aus. Das ist insane. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich gehe weg von einem Rekursivpunkt. Alter, wir kriegen einfach beide einen. Was ist das denn für den Rekursivpunkt? Ja, ich bin durchgereiht zu K6, Mann. Ich hab mir Tränen, Alter. Ich hab einfach ein Lids fucking Crank. Ich muss die schnelle Deppen. Gibt es eigentlich etwas Neues hier in dem Game? Auf dem PBE, ja, hier glaub ich nicht. Also, auf dem PBE hast du jetzt Ranked. Aber auf dem PBE ist es übrigens shitfest. Ist alles bugged. Quasi, du startest immer auf einem anderen Feld. Du kannst aber nicht sofort auf deine Sicht klicken, sondern musst erst woanders hin klicken, um dann wieder hinklicken zu können. Die haben jetzt auch einen DPS-Meter, aber der ist auch noch ziemlich bugged. Ja, das klingt gut. Grundprinzip ist bugged. Und da gibt's jetzt Cracks als tolle Runde. Die gibt's hier jetzt noch nicht. Nee, aber der ist nur den Items, ist geil. Die zeigen das quasi an. Aber die gibt's hier auch noch nicht, ne? Wenn so ein Crack Items hat. Das sieht eigentlich relativ nice aus, muss ich sagen. Ja, seht ihr morgen dann, Jungs, ne? Oh, nice. Ich brauch das Item-Cheat-Cheat. Was? Ich brauchst nur ein Item. Ja, Rekursivbogen und Stab der Zeit, Alter, ne? Quasi. Quasi. Oh mein Gott, du hast Stimmbomalisierer drin, ne? Das ist ja mit den Steuern. Bei allen sag ich mal, bitte mach den Stimmbomalisierer aus. Bei Maxi, mach ihn rein. Alter, es ist so schlimm, wenn man keine Level-2-Unit am Anfang hat, ey. Oh, bist du etwa arm? Ich bin einfach pur, ist shit. Warte mal, hast du eine Tech-Speed-Bogen auf dem Kha'Zix? Ne, warte mal, das war der, der ich eingesammelt habe, du geboostet das Stück. Ja, warte mal, da nimmst du uns. Warte mal, welcher von den Strich-Codes seid ihr denn? Wer ist der Kürzeste? Ich bin der Gute. Ich bin der Längere. Du hast den Längeren, nein. Ich hab den Längeren, bin aber der Kürzere. Oh, ein zweites Item. Oh mein Gott, ich hab fast Full-Bilds. Ich hab fast gar nichts. Oh, ich hab auch ein zweites Item. Was macht denn das? Alter, Full-Bild ist bei dir also Red Buff und dann Titanic. Red Buff auf Grace ist halt supergut, ne? Auf Mavs. Is this your lucky day? Ja, ihr seht schon, Leute, das Grundprinzip ist wieder komplex. Mein Grundprinzip war, dass wir auf jeden Fall im Karussell ganz unten sein. Mein Grundprinzip ist Garen. So, was ist denn jetzt Splatterman? Du heißt einfach Spin-Splatterman, ne? Seit Jahren. Weißt du noch warum? Ja, weil du Sportpsychologe bist. Was bin ich? Ja, das auch. Das hast du gut erkannt. Danke. Das ist Mental-Coach. Du bist auch seit Jahren nicht mit einer Session gekommen, ne? Wo wir drüber sprechen, über deine Probleme. Das Ding ist, meine Mordgedanken werden nur größer, wenn ich darüber reden muss, warum ich alle hasse, ne? Das ist halt komplex. Oh, noch ein Item. Komm, eins geht noch. Eins geht noch. Geil. Okay, wie viele Items habt ihr, Jungs? Ich hab vier. Ah, ich hab drei. Das ist schon ein hartes Handicap. Ah, das ist eine Edo-Aussage. So, ich hab einen Kasex, der Menschen essen will. Sharpening. Sharpening my Peef. My Klaaass. My Klaaass already. Alter, was ist falsch bei euch? Kommt mal ein bisschen runter hier. Sharpening my Klaaass. Alter, das ist so schlimm, wenn man keine Level-2-Uniter manchmal verkauft hat. Sie haben doch was verändert, ne? Man kann jetzt so die Einheiten besser rum-swappily-boppen. Swappily-swapp-bop-bop-bop. Man kann die Items besser rum-swappily-bop-boppen. Ja, der hat seit 700 Jahren nicht gespielt, da weiß ich nicht, wovon er redet. Ich meine die Einheiten. Der denkt, wir spielen Auto-Chess. Auto-Chess, Auto-Mean. Oh, Nobel-Waff. Ich muss auch gegen Level-1-Nobel-Waff ran. Auch mein Kasex sagt sich, da ist jemand mit Nobel-Buff in der Backline? Ach, was ist das für eine Bombe? Boom. Arbeitsverweigerung. Das ist eins Bombe. Ne, das ist ja eben nicht Bombe. Dreh dich, mein Junge, drehen! Ich bin immer noch dafür, dass Units, die so hart overkillt werden von Kasex, Items dropen sollen. Ja, das ist einfach... So, kennt ihr das ewige Phantom Dancer gegen Phantom Dancer ADC-Duell? Da ist die Bombe sogar useful. Also, du hast ja schon alles draufgepackt, du Sohn, ey. Ja, natürlich. Du Sohn einer Mutter. Das heißt, du gehst auf jeden Fall Tristana, oder was? Nein, ich bin auch noch völlig flexibel. Aber du musst dir vorstellen, ich habe Gangplank, bevor ich Tristana habe. Okay, das ist weird. Das ist halt... Du bist weird. Auch das ist eine Thesee, die man durchaus nehmen kann. Was ist das? Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt schon Items droppen sollte, oder halt warten sollte. Drop sie prinzipiell auf Units, die du entweder bis zum Ende behältst und wo die Items schon gut drauf sind. Die hast du aber nicht, weil du spielst ja Wild. Also, auf Wild kannst du es quasi nicht machen. Du kannst es aber zum Beispiel den Graves geben, weil du den Graves eh später verkaufst in deiner Call. Ist das so? Ja, aber wenn ich jetzt zwei Items verbinde, dann habe ich ja quasi ein Item direkt fertig. Ja, aber dann nimmst du halt ein sinnvolles, ne? Ich meine, was wirst du da bauen? Ein Frozen Heart kannst du so oder so in der Call später spielen. Frozen Heart. Ich überlege noch ein bisschen so, was ich spiele. Ja, klar. Ich meine, man kann halt auch dumm sein. Das ist kein Problem. Das ist ja eine optionale Wahl. Wow, ich habe ihn beleidigt. Durchaus, ne? Und ich habe ihn mit drei Units deklassiert. Warum? Weil ich Items habe. Ich habe noch keine Items verteilt, by the way. Ja, ist okay. Das ist auch 400%. Du darfst das. Die haben die Kuh? Alter, ich habe Elise bekommen. Was ist mit diesem Game? Don't stop me now. Why not? I wanna, 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 wanna. You're a Wonderwall. You're a Wonderwall. Sag mal, wenn ich jetzt das Arm-Ding baue auf Graves, zählt das für jede seiner Kugeln? Ja, aber das Arm ist generell ziemlich scheiße und verbuggt. Aber es ist ein bisschen besser geworden, ne? Ich hatte das auch mal. Ich hatte mal eine Komposition mit ganz Dingen. Da haben wir zusammengespielt. Und ich hatte eine ADC-Comp, Ranger irgendwie vierfach, und selbst da war es useless. Da weißt du, dass du verloren hast. It's not good. Alter, der Kha'Zix, die Leute, freezed. Genau in dem Moment wurde einfach von Kha'Zix komplett zerstört, als du das gesagt hast. Nein, nicht das Q. Oh, nee, ich will verlieren, ne? Das ist mit Wulisch mehr, ey. Aua. Aber egal, besser ausgangslage. Komm, noch ein Q. Ja, nein. Oh, wie darf ich die in der Animation sterben? Macht mich nicht wirklich. Oh, shit. Dann sind wir auf dem selben Platz, ne? Oh, der war ein. Platz eins. Sehr gut. Horror. Oh, scheiße. Ich habe vergessen zu verkaufen. Idiot. Äh, was habe ich dann? Achso. Äh, dich. Oder dich. Und jetzt muss ich jetzt den? Oder dich? Alter, was? Ah, die Rekursivbögen sind einfach nach fünf Sekunden weg. Ihr seid alle abschnauert. Also dich, dich oder dich? Nein, ich will den! Ja. Okay. Oh, okay, der hat mich hier genommen. Boom. Ja, ich hätte auch Arie nehmen können, aber Arie ist halt irgendwie ... Ah, ich ... Ah, nee. Ah, doch. Ah, das wäre vielleicht sogar besser gewesen. Spielst du auf Vayne lieber Bloodthirst oder Hextech Gunblade, Maxim? Bei Hextech Gunblade müsste doch auch mit dem Spell ... Ja, Gunblade ist besser. Scheiße. Ich dachte, Maxim spielt nur Draven. Draven. Ey, die Draven-Zeit ist doch schon einfach geil. Draven ist so mein Mid-Gank-Powerspike, so. So, Alter, ich würde es am liebsten rollen. Darf man das jetzt schon? Na klar. Wo soll ich Elise-Level-2 gehen? What shall I do? Nothing. All I can do. Is loving you. Wird das so noch kommen? Ich könnte Blitzcrank mit Spear of Sojourn spielen. Oh, illegal. Oh, hallo, Maxim. Hallo. Ich würde halt so hart verlieren. Ah, der Kasex könnte den Backgray, ne? Nee, die Autotecks sind halt auch wichtig. Bei der Bloodthirst, wie man sehen kann, macht ihn ganz schön tankig. Wobei, wenn sie ihn angreifen, sind sie tot. Ja, das ist halt eben auch. Ich meine, Tosan hat die Bombe auf den Kasex geworfen, deswegen war sie. Hast du mal Mordekaiser gesehen? Der ist so dumm manchmal, ne? Der hat jetzt einfach... Wie kann ich das... Das Witzige ist, Volibear tötet mit dem Brawler-Buff halt legit alle. Aua. Vor allem, stell dir vor, Morda hätte die erste Ultimate einfach nicht daneben geworfen. Das wäre jetzt schon sinnvoll gewesen, ne? Bzzzt. Geblitzt, engst. Ich habe 100% Win-Rate ohne Combo. Ja. Ja, ich habe gar nichts und es läuft richtig schlecht. Ich habe nichts, nichts. What the fuck? Ich habe einen Cannon. Ich bin geduldig, wisst ihr? Ich bin auch geduldig, ja. Aber normalerweise müsste ich eigentlich auf Win-Rate gehen, wenn ich die ganze Zeit gewinne. Plus zwei, wenn ich nochmal gewinne. Aber ich kann doch nicht, ich können doch nicht solche krassen Apes sein. Doch, doch. Was ich jetzt nochmal gewinne. Full-Sight-Apes. Ah, das ist ein Gunblade-Karrens. Das habe ich früher auch gemacht, aber Red Buff auf Garen bringt leider nichts für ein Spiel. Das ist früher, ne? Weil das Spiel schon so lange draußen ist. Ja, früher habe ich halt. Überst vier, ey. Oh Mann, Alter. Gunblade. Boom, Alter. Ähnlich macht der Mordecai selber was. Nein. Oh, der hat Pike genommen. Ein bisschen weniger hart verlieren würde ich schon gerne, ne? Aber der Noble-Bach. Ich gewinne das schon wieder. Echt scheiße, oder? Gewinn ist... Es ist legit für das Karussell, es ist legit eine Katastrophe. Belasto. Belasto. Du kannst übrigens auch upgraden. Ja, das Teamflame kriege ich auch nochmal. Das Spiel hat mich einfach gerade offiziell ermahnt, doch mal was Sinnvolles zu tun. Okay, Leute, wir spielen Kha'Zix Level 2 mit vier Brawler. Ich kriege nur Level 3 Units. Keine Einser. Ich habe nicht eine Tristana gesehen, by the way. Uff, das ist schon... Nicht eine Einzige. Ich schon. Das wird's krank. Wir haben hier ein Thema. Komm, oder? Ja, das war wichtig. Okay, Brawler sind auf jeden Fall nicht für ihr Brain bekannt. Nee. Ah, nice. Ja, das reicht doch. Ah, da war ein bisschen closer als... ...als Schönes, aber... Alter, what the fuck is this? Das ist Sparta. Ich habe wahrscheinlich Gangplank Level 2, bevor ich eine Tristana überhaupt einmal gerollt habe. Warum? Kollege, habe ich... ...den Blitzcrank... ...dass ihn Carrying lassen. Komm, das machen wir. Carrying me home. Der Blitzcrank zieht einfach jedes Mal den Peik, nachdem er geultet hat, wieder zu sich. Boah, ich muss sagen, manchmal bin ich echt so ein bisschen am Limit, so. Was... ...was ich... ...hinkriege, schnell genug zu drücken. Nein, ich bin mal gespannt. Ich glaube nie, dass ich das gewinnen kann. Okay, Leute, ganz länger wird nichts mehr. Bleiben wir bei vier Brawlern? Hey. Ah, klar. Okay, ja, ich bin online. Let's go. Ich bin auch online. Krass. Auch bei AOL? Nee, 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 nee. Ich bin eher so der MSN-Boy gewesen. Ähm, ja. Kennst du das, wenn du einfach deinen... Alter, das macht der... Also ich muss sagen, Blitzcrank ist nicht in meinem Team. Der ist irgendwie so ein bisschen gegen mich. By the way, Kasadin-Stacking, Leute. Illegal. Einfach nicht. Why Hable-Tactic? Ich hab noch nie so eine schlechte Komposition gehabt. Weil ich nur Level-3er-Unit... Äh, Gold-3-Units ziehe. Hm. Aber wenn ich gewinne, wäre er richtig nice. Oh, ja, so ein Gurken-Kampf da, ne? Ja, bei mir leckt der Stream auf und so. Ja, ich seh das schon. Das ist wieder so ein Twitch-Ding. Haben die da irgendwas geändert drin? Leute, hört mal raus. Habt ihr schon mal sowas gesehen? Nee. Ich hab noch wirklich... Es ist jetzt kein Spaß. Keine Tristana gesehen? Warwick nur zweimal insgesamt. Aber hier gehen auch... So zwei Leute gehen... Naja, es gehen zwei Leute Tristana. Drei Leute Tristana. Vier Leute Tristana. Draven. Hier stellt nur jemand nur drei Units auf. Ach so. Na, okay. Der ist auf Kaschan. Draven. Na, das ist doch scheiße. Da kannst du doch keinen Losing Streak bauen. Schade, dass der immer wieder andere Units zieht, der Blitzcrank. Ja, war nicht so gut gezogen, ne? Ja, der soll immer die gleichen ziehen. Das wär geil. Naja, der zieht ja immer das weit entfernteste Tage. Das wär ja oft schon worth, ne? Alter, du hast Schogert. Ja, Schogert hätte ich auch gerne. Ja, das war auch mein Gedanke, Alter. Schogert mutert. Bei mir eh noch Riste übrig. Das wär ganz cool. Ich kann jetzt den Vawik nehmen, damit er Stufe zwei ist. Wir werden dafür gehen oder dafür. Ja, oder ich geh hierfür. Oder dafür, oder dann geh ich hierfür. Oder das wäre wieder schlechter als das. Echt gemein, ey. So eine Woche Urlaub, da ist man komplett raus aus dem Game wieder, ne? So gemein. Ja. Hast du Urlaub? Also Urlaub auch. Warum leben eigentlich noch so viele Leute? Das ist doch noch recht früh, oder? Oh, ich hab Riste. Ist ja gerade mal 21 Uhr. Oh. The Beast. The Beast is strong. Precisely. I'm ready to serve. Hallo Mama. Hallo Papa. Oh, warte, das war was anderes. Precisely. Oh, hallo Maxime. Das muss ich jetzt aber gewinnen. Ja, gegen mich muss man fünfmal gewinnen. Ich hab einfach kein Carry. Keine Level 2. Alter, du hookst einfach die Ash und die Ash einfach nur so. Okay, danke. Ich mach Furnier damit. Und ich hook für einen jeden einmal. Jeder Carry darf einmal in die Backline so. Ja, kommt der letzte Honor. Oh, der letzte Honor, komm. Kill me. Kill me softly with his words. Kill me softly. Kill me softly. Kill me softly. Ah, der Zektor lebt noch, ey. Richtiger Zektor. Ich hab aber, by the way, noch keine Level 4 Unit. Also gesehen, mein ich. Alter. Wir reden ja vom actual seeing. Kill me softly with killing. Okay, Leute, wir spielen Fear, Brawl, Avoid, Robot. Okay. Einfach schlimm. Bitte, release me from my pain. Ich hab aber kein Assassin gekriegt, um da irgendwas draus zu machen. Oh, mein Gott. Please. Oh, der hat einfach schon Elemente. Der Ghulam alleine würde dich killen. Der ist ja wirklich, ich krieg den halt legit nicht holen. Oh, aber Warwick ultet den, der gezogen wurde. Not bad. Alter, Cannon. Ob du mein ganzes Team getötet hast, hab ich dich gefragt. Tak. Wenn der Level 2 war. Meine Wellen hatte gerade 3 AP und hat das One vs. One gegen Lucian gewonnen, weil der die ganze Zeit gekrittet hat. Lol. In den Phantom-Netzereien. Ich schieße auf ihren Kopf. Ha, das bringt nichts. Find ich, find ich gut. Oh, Warwick, Alter. So, erster Level 4er Unit. It's Draven. Draven. Oh Gott, was war das denn? Alter. Er stirbt einfach. Wir sollten den Winstreak haben. Ich glaube, wir gehen nicht mal Draven. Wir machen was anderes. Du bist nicht Draven? Draven haben wir schon 1000 Mal gespielt. Ja, aber das hätt ich doch nicht ab. 1000 Mal gespielt. 1000 Mal ist nichts passiert. Ja, Leute, ich hab richtig viele Negatron Vlogs bekommen. Wie gab es das Cousin in ihr? Shall we? Na, Gada. Explain me your behavior. No. 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 Yes. Yes. I like the cards and I cannot lie. I like nuts. Auch noch ein Mage. Okay. So, Blitzcrank, it's time to hit somebody that I used to know. Aber du hast die gute gehittet. Ja, das ist ziemlich gut, weil du hast die Kase, die ihn sofort daneben steht und einfach ihr Maul queut. Ja, aber du wirst es trotzdem nicht schaffen. Ich bin zu stark für dich. Ich weiß es nicht. Red buff auf Warwick. Red buff auf Schmawwick. Okay. Oh, der Knock-Up. Boom. Aber du hast noch zwei Units übrig und einer wird jetzt. Einer wird jetzt. Und mein Team gehuugt. Ja. Huug, huug. Ja, das war unfair. Das war wirklich unfair, ne? Aber das ist auch mein Motto. It's my Meadow. It's my Metabolism. Faschism. Faschism. Ich würde sagen, renn, wenn du kannst. Ich könnte dir jetzt einen Void rausnehmen für einen Gnar. Dann hätte ich den Wild Buff. Das wäre, glaube ich, besser, oder? Klingt so. Wild Buff ist... Also, desto mehr Units, du... Naja. Okay, ich erkläre das mein Plan. Also, ab dem Moment, wo du nah bist... Ich habe vier Brawler. Ich hooke jemanden und der muss dann gegen zwei Kasadins kämpfen. Das ist mein Motto aktuell. Und wenn er nicht gegen Kasadin kämpft, schlitzt Warwick ihn sofort auf mit seiner Rücken. Warwick ist der Einzige, der mit Blitzcrank zusammenspielt. Habe ich das Gefühl. Aber auch nur, wenn Blitzcrank genug Damage macht, damit er die lowste Unit ist, ne? Ja, ist halt wirklich so. Aber es funktioniert ja. Aber ja, man ist ja mittlerweile Level 2. Oh, oh. Äh, nein. Ah, die Units sind so low. Ich weiß nicht, wer wem ist. Einer hat überlebt. Das ist doch traurig. Oh, jetzt weiß ich. Das hat gut geklatscht. So. Okay. Die Justiz wird gesurft werden. Das Ding ist, Rain leidet halt weniger davon, wenn sie gehuckt wird. Das ist ein Abwitzkrieg. Ich brauche eine Corona. Oh, ich habe meine erste Tristana bekommen. Nach sechs Monaten. Ne, jetzt kommen da alle. Ich will einfach nur eine Unit beenden. Deswegen roll ich hier gerade, Leute. Damit hier meine Bank frei wird. Vielleicht lässt ich mir noch einmal Schaden geben. Und dann verteilen wir langsam Items. Ja, das ist ein ekliges Komplett, wie du das spielst. Mach mal nicht. Mach mal nicht. Sorry. Kann ich jetzt auch nicht aufhören. Ah, der Churret macht aber Work. Aber der Rest macht halt nicht so viel Work. Ja. Ich weiß auch noch nicht, was ich mache. Gar nichts. Nee. Die habe ich auch nur wegen dem Wild-Bonus. Ja, das ist aber auch gut, glaube ich. Okay, Leute. Langsam muss ich. Langsam muss hier mal was entstehen. Schönes. Uff. Okay. Dann noch nicht. Kommst du noch hin? Ich könnte auch Redemption nehmen. Ist ja auch nicht schlecht. Kannst du sagen. Brauchen wir nicht. Ich glaube, es wird sicher einer draußen stehen. Ist halt schon not bad, ne? Ich kriege einfach als Letzter in Redemption. Ja, es ist halt ganz nett. Ich hätte es auch vorher genommen, wenn es Gangplank Level 2 wäre. Aber hier... Plankplank. Bankplank. Da wisst ihr was? Also Warwick kommt nicht. Ja, wird nicht kommen. Sie wird nicht kommen? Das verstehe ich nicht schon. Du willst Witze machen, ne? Du willst wieder lustig sein. Ja, ja, ja. Irgendwann dein Chat wird es verstehen. So, you want to be funny? Yes. So, Redbuff. Ist das nicht Strandman? Ich bin Strandman, ja. Oh Gott, der spielt... Oh Gott, nee, was spielt der denn? Der spielt... Oh Gott, oh Gott, was spielt der denn? Strand mit zweimal Speer auf Sojin. Soll der einmal ultet, ist dein Team ein Burn. Ich mag Ultis. Oh, warte mal. Mach die nächste Ulti. Ich gewinne trotzdem. Fliegen mehrere gleichzeitig? Naja, waren gerade drei, glaube ich, gleichzeitig unterwegs. Geil. Geil. Also, wir spielen Sorcerer Robot, Leute. Ja, was packe ich denn noch rein in die Kommen? Glitzcrank soll jemanden hucken? Dann ist der Tod. 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 Tod durch töten. Hm. Oh, ich glaube, ich gehe noch Shapeshifter, wa? Na, das gehst du in deiner kommt doch standardmäßig. Nee. Da gibt's bei mir nicht. Wild, Shapeshifter oder als Sorcerer? Ey, komm. Du tust immer so, als hättest du die Ahnung. Dabei bist du nur... Okay, ich wollte dir nur helfen. Ja, sorry. Dann solcher nix. Tut mir leid. Als wenn jetzt in den nächsten fünf Sekunden nicht der letzte K-Zix kommt. Ach, du hast immer noch einen Blitzcrank, ne? So. Bin ja nicht ganz überzeugt von dem Aurelion-Positioning. Er hockt einfach Yasuo ins Team. Fett ist jetzt das so schön gegen Assassins, na? Das macht einfach kein Damage. So mehr sie kritten, desto schlimmer wird's. Ich schwieg' gegen gar keinen. Das ist voll fies. Oh, das ist er. Das ist voll mit Respekt. Wißt du, was das Schlimmste an dem Brand ist? Er macht alle AFK mit seiner Roll. What? So. Ein Blitzcrank stand jetzt einfach für zwei Monate einfach nur da. Und er hat einfach nur angeguckt, wie er Damage kriegt. Just look at it. Du, 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 du. Du, 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 du. Killing my whole life with his hurts. Killing my whole life. Komm, Papa, wehne, Techspeed-Dagger. Alter, ich will einfach nur... Ich will einfach nur Poff's Maul. Geil, ich hab's so bekommen. Ich komm vorbei, Bruder. Bruder. Bruder muss groß. Alter, mein Darius hat einfach Kat 4 von diesen Raptoren geholt. Das ist einfach full life. He doesn't care. Giant's Belt. Das ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt hatte. Also meine Komt gefällt mir schon ganz gut. Das geht mir doch einfach. Ja, den kann's mir auch geben. Warte, dass man mal zwei Redemptions auf einer Unit hat. Dann heilt der mehr, oder? Droppt der dann Doppel-Redemption, Maxim? Na, ich würd's nicht empfehlen. Glaub ich. Alter, Blitzcrank ist so verbuggt. Das ist fuck. Wenn der jemanden huckt. Er hat so eine Ehrenrunde um den Kosmos gedreht. Vor allem gegen Assassin's finde ich es so weird, wie entschieden wird, ob der huckt oder nicht. Oh Gott, warum stellt der sich denn da ins Team? Oh, danke, dass du alle ins Redemption gedonnert hast. Lieber Na. Kein Problem, kein Problem. Oh, nee. Ich glaub, deine Vayne könnte Probleme machen. Ja, aber der Na, der macht überraschend viel Damage. Alter, die Aria ultet aber auch immer. Äh, der Warwick hat doch geultet oder was? Ja, die Komple, Leute, macht mich auch nicht glücklich. Bin ich ganz ehrlich. Oh, jetzt ist er eigentlich da. Oh Gott, wie lange das gedauert hat. Wie viele Mages brauch ich denn? Ich hab jetzt hier noch zwei auf der Bank. Ich könnte mal sechs auf Mages spielen, Leute. Ja, oder nicht, ne? Übermangelndes Roller kann ich mich nicht beschweren. Das ist schon mega solid hier. Schon wieder Sklady. Ja, das ist ja irgendwie nicht fair. Aber dein Kasadin nimmt diesmal meine Sage raus. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht fair, aber zu sagen. Alter, ein Cho-Gard Level 2 mit Sorcerer Buff ultet. Aber der Cho ultet diesmal nicht. Ist der Planet gefährdet, ey. Alter, genau, oldet. Alter, na, oldet. Oh, du hast meine Asch klein gemacht, oder was? Oh nein, ich hab den zweiten Asch aufgestellt statt den Varus. Oh mein Gott. Okay, ich bin offiziell ganz behindert. Anfängerfehler. Da haben wir grad jemanden gekickt. Das, das, das auf jeden Fall kam. Das wäre mir nicht passiert. Wahrscheinlich schon. Ich will keinen Draven spielen. Aber wir lernen daraus, ne? Da ist er. Okay. Ich mach jetzt noch eine Runde. Gucke, ob ich überlebe. Ja. Wenn ich die überlebe, mach mal sechs Sorcerer rein. Ruf. Weil der Darius Tai. Ähm. Mal gespannt. Oh, hier ist der Brand mit Double Soul Ternider. Die erste Brand ulti fliegt schon mal. Die zweite Brand ulti mit fliegt. Alter, Cho-Gard, hör doch mal auf. Aua, aua. Sieht gut aus. Der dritte Brand ulti fliegt. Aber der Brand-Typ ist jetzt weg. Aua, Mann. Der hat es überlebt. Das ärgert mich. Seju für Blitz. Ne, Blitz ist ganz nice. Blitz kann im Late-Game ganz schön die Leute brutal brechen. Ich kann keine Kinder mehr aus. Jetzt mich verarschen. Ah. Scheiße, er wird umkämpft sein. Aber der vielleicht nicht. Wir gehen da haben. Der auch nicht. Ah, okay. Wir kriegen einen. Nehmen den Nidusley, Leute. Wir brauchen unnötig viel Schauen. Tränen wäre auch nicht schlecht gewesen. Seht schon eben. Aber für dich wäre doch der Swain gut wegen Shapeshifter. Tuh, da habe ich gerade gar nicht dran gedacht, dass der das auch ist. Aber ich brauche noch einen Kasadin, dann kriege ich Kasadin 3. Ah, das ist doch auch was. Er meint, ich brauche noch einen Kasadin. Underkey. User joined your channel. User joined your channel. Wer enttäuscht. Jona Schmidt. Schwer enttäuscht. Nicht mal Hallo gesagt. Ist notiert. Und äh, wollte ich nur mal sagen. Wir gehen wieder runter, Johannes. Tschüssi, mach's gut. User left your channel. Was er gesagt hat. Ja. User left your channel. Das war sein Schoßhund. Ah. Johannes. Ist er im Schoßhund? Nee. Johannes ist der Schoßhund von Henning. Okay, wir probieren was. Oh mein Gott, Blitzcrank. Mach nicht so, mach nicht so. Alter. Oh mein Gott, Blitzcrank. Die MF von ihm hat gerade geultet und instant kam die Sage ult. Ich glaube, ich bin tot. Alter, ich fick's. Ich zerstör dich. Okay, der ist auch tot. Ach, ich bin nicht tot. Easy. Wir können einfach das Gold Game spielen. Wo steht denn dein Blitzcrank? Das macht mich nervös. Kann ich jetzt bitte mal... Hier, komm. Das ist doch was. Okay. Okay, sechser Mages, Leute. Von Brawler into Mages. Let's see. Oh mein Gott, den sein Naho, der G1 schadet. Das ist Splatty. Autschies. Oh, bitte nicht. Ich darf jetzt nicht verlieren. Ah, das sieht aber nicht so gut aus. Ah, Mann, ey. Da bin ich jetzt doch nicht etwa dead. Shit. My dead. My dead. My dead. My... Oh, my dead. Johnny, es ist so, wie die Barcodes es nun mal vorhersehen. Top 3. Easy. Great. Ach so, das ist der Drake. Ich dachte, oh, du stellst dich um gegen mich. Ah, das verliere ich doch wieder. Gegen den Drake kann man doch nicht gewinnen als Mage, oder? Nee, das ist leider die gröne Regel. Das ist leider true. Okay. Ich würde gerne mal Lulu haben. Sehr gut. So, mal gucken. Can I win? Der Drake ist schon mal in der Ecke. Meine Vayne moved nicht. Guck dir das bei mir an. Statt dass sie außen rum geht, macht sie einfach gar nichts. Oh, der Drake ist Magie, Moon. Alter, Vayne. Oh, der Drake ist zur Vayne gekommen. Alter, der hat doch einen HP. Teamplayer. Ja, gegen Mages ist es leider impossible. Also, als Mage. Alter, dein Blitzcrank triggert mich so, ne? Der Blitzcrank ist witzig, ne? Ja. He's a funny guy. He's so lol. Ah, du musst auch den Kasadin daneben stellen. Ja, ich glaube, der Kasadin muss auch die Seju verhindern. Ja. Dann steht er jetzt richtig. Hey, Mr. Wichtig. Machst du was nicht richtig? Ey, was hättest du da von Garen zucken? Nichts. Oh, der Knock-Up wird wehtun, Bro. Biggest BM. Tschüss. I just got betrayed. Goodbye. Alter. That's so sad. Gib mir jetzt einfach Karte. Maxime, dein Blitzcrank hat gerade übrigens nichts anderes mehr gemacht, außer einmal hooken. Ja, das ist auch sein Job. Nice. Mal gucken, was Johnny da macht. Ich kann ihn auch seitlich hinstellen, aber bisher war ja sein Ziel pretty damn good. Wobei, eigentlich ist es egal, was er macht. Ich würde mich übrigens über Kindred freuen. Einfach Kindred hooked. Einfach phänomenal. Die Aufstellungsänderung da noch. Die Aufstellung in der letzten Sekunde. Ganz nach links, oder? Ja! Ah, der Rockshot-Tutze. Wer war das? Ach, die Kinder, die ist ja nicht so richtig. Oh. Oh mein Gott. Oh. Oh. Ah, der Turz. Die Atomexplosion der Mages. Ja, der Kathos, du bist halt geboostet als shit, ne? Ah. Autsch, Autsch, Autsch. Okay, okay. Wir kriegen das aber hin. Wir kriegen das hin, sagt er. Oh, Kathos. Kann man eigentlich auch in diesem Spiel dabben? Ja, ich kann das. Ja. Prepare. Uuuh. Das Ding ist, ich sehe das Spielfeld von der anderen Seite. Du drehst mir gerade den Rücken zu. Ja, danke. Nice. So, ich ende einfach nichts. Oh, jetzt könnte man, ich glaube, der Blitz macht eh, was er will. Alter, wenn der Blitzkorn jetzt wieder sich denkt, die letzte Unit ist Kinrid, dann tät ich aber. Hopp. Ah, jetzt hat er den Garret. Aber er One-Shotted ihn halt legit, ne? Ja, aber das ist ja Gott sei Dank mehr oder minder egal. Alter, der Knock-Up war übel. Oh, nee, der war perfekt. Die Seju ist reingelaufen, die ist halt übel dumm. Alter. Die Seju hätte jetzt perfekt ulpen können und rennt in den Bums rein. Oh. Oh. That's a race. Nein. Nee, das ist überhaupt kein Race. Alter, wieder ein dicker Bauch von deiner Fresse spawnen. Komm doch einfach. So, frot zu mir. Ja, die Legs. Ich starte dann den Stream nochmal kurz. Nimm Graves. Nimm Graves, Alter. Graves, das beste Late-Game-Unit. Ja, was brauche ich? Ich brauche jetzt gar nichts mehr, ne? Ich bin dann, wenn, dann nehme ich Blitzcrank. Johnny versucht, den ja irgendwie zu countern oder so. Das ist das einzige Mini-Mind-Game, was es hier noch gibt. You can't counter Blitzcrank. Ich weiß halt, ich nicht immer den countern kann. Ich stelle den einfach mal hier hin. Der One-Shotted den eh. Und Johnny steht wieder ganz nach hinten in Garen. Der ist im Prinzip egal, wo er steht, Alter. Da geht es ja darum, dass er jemanden töntet, damit der Spear gut pockt. Was kommt? Jetzt bin ich wohl gespannt. Hoppala. Bam. Und einfach in Space. Ah, der enttaggt einfach beide, oder was? Der hockt jetzt die Kindred tot. Oh mein Gott, Alter. What? Kartos 2 hat er immer 1.200 Schaden gemacht. Ah, no way. Ja, das war Dumbolish bei Maxime, meine Damen und Herren. Er scheint auch nächste Woche wieder ein. Morgen. Tschüss. Alter, ich hatte die...